Heute ist der 18. Dezember. Es ist höchste Zeit, euch in Form zu bringen und deswegen kriegt ihr heute von mir eine Judith Williams Körperbutter. Jeden Tag eincremen, sie riecht köstlich nach Rose und dementsprechend, wenn ihr jetzt anfängt, dann habt ihr zu Weihnachten und spätestens zu Silvester die perfekte Haut für ein neues Jahr. Wer sie haben möchte, ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.